Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Doch Leute, fangen wir endlich an, super zu werden. Super Buddies, heute 14 Uhr auf Disney's Cinemagic. Margrit ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau mit einem kleinen Problem. Ihr Aufenthaltsantrag wurde abgelehnt. Sie werden ausgewiesen. Ausgewiesen? Doch sie hat einen Plan. Ich werde sie auf keinen Fall heiraten. Natürlich werden sie das, denn wenn sie sich weigern, können sie ihren Traum, die Welt mit dem geschriebenen Wort zu beglücken, begraben. Sandra Bullock und Ryan Reynolds in unserem Cinemagic der Woche. Selbst ist die Braut. Nächsten Sonntag, 14 Uhr auf Disney's Cinemagic. Lass dich entführen in eine Welt voller Fantasie. Wow, das ist eine ganz andere Welt da drüben. Lass dich berühren von Filmen voller Romantik. Er ist einfach schön. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Erlebe den Zauber von Disney's Cinemagic in fantastischen Highlights für die ganze Familie. Dann sind wir Schwestern. Es gibt keinen, der ich lieber sein möchte als ich. Vom Klassiker bis zum Oscar-prämierten Kinohit. Even more. Wir erzählen Geschichten. Ich habe eine Schwester. Und ich will sie nie wieder verlieren. Die Mitten ins Herz gehen. Disney's Cinemagic. Die Mitten ins Studio Untertitelung des ZDF, 2020